Ich kann natürlich bei dir auch nicht spawnen Gesundheit Ich deploy einfach mal, du warst hier glaub ich in der Nähe Alter, ich bin tot Da ist Flugzeug drin, vom Bomber Du bist denn, du? Achso, du bist tot, hast du ja grad gesagt Ich brauche nichts bei dir, Kollege Mach das mal Ich bin denn hier Gehen wir mal Richtung C, wa? Natürlich 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 Schön gebombert Also das ist schon wieder so ne geile Scheiße, du musst immer mich erwischen Ich bin bei dir gespawnt oder was meinst du? Da ein Game steht Ja Warum hast du ne Sorrow-Maske auf? Kann ich Kann man erstmal hier plantieren, da hinten stehen die glaube ich Ja Fuck Ja, und tot Russian Rifleman, natürlich Squad made under fire Und Oh Mann, er schießt mir wieder Sniper weg Ja, mich auch War richtig gut Da waren drei Mann, bis ich das gelacht hab, ne Einer hab ich nur gekriegt Gab's ja nicht irgendwie Pferde? An dem Spot hier Ich bin wieder bei dir mein Freund Ja Ich bin wieder bei dir mein Freund Ja Weil da wird dir ja mega uneinfektiv, wenn du da gesehen wirst Überall Ja, und da sind auch schön zwei Sniper oder so Aufm Haus Dass man die nicht spotten kann Damals konnte man die spotten Mit Kuh Aber Wurden die Kackstelzen auf der Karte markiert Amo, weg hier He Lots of level ammo Right here Du musst vorlaufen am besten, damit ich dich notfalls aufstellen kann We have lost objective, George Der Panzer, der Panzer hier Kannst du mit normalen Granaten glaub ich nichts weiter ausrichten Oh oh, ich hol ihn lieber weg Ich hab auch nur die kleinen Medikits Hast du den Tank etwa den Panzer hierher geholt? Ne Ich hab die Leiche immer gekippt für uns Achso Ne guck mal Im langen Zimmer Er hat mich gemiedigt dann Aber laufen Warte ich komm Achso wenn du gemiedigt wurdest Ne ich kann Lad doch zehn Tage nach Alter Was ist denn das? Ich bin jetzt nicht von uns Das ist so richtig gay Ich spawne bei dir Oh Bata ich bin der Bata Ich bin grad verloren Und wir sind jetzt zurück Okay Mann Sag mal Der wird von hinten beschossen Ich kann ihn nicht totschießen Mann Ich hab ihn übrigens markiert Der robbt da hinten auf der Erde rum Hinter uns genau Hinter uns? Ja Ja genau die Richtung Okay Hä du bist Kann man denn jemanden markieren? Du bist tot oder? Ne Ich bin Pastor oder was Kann man denn jemanden markieren? Schon wieder von hinten Ich raste aus Ich muss mich hier erstmal irgendwo hinlegen Hier First Line Okay einen hab ich Du rührst ja wild die Granaten durch die Gegend oder was? Ja Mann Okay wieder zu B komm Wo bist du? Boah schon wieder von hinten Erst zum First Line Da hast du jetzt auf dem offenen Feld rumrennen Ach was Ach ne hier oben in dem In den Dingen ist er drin In den Über mir Ich seh ihn nicht Markieren mit Kuh Wir haben Objective Marta genommen Hasten? Nee ich weiß nicht viel Nee 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 Ich war hier aber Na da kam die Granate von ihm Nee 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 Ich hab ihn Ich hab ihn Eeeh Das ist noch einer Steh auf Junge Also steh nicht auf Komm hier rüber gerobbt First Line Use ihn Die tingeln da immer noch bei B rum Lass mal rüber gehen Lass mal rüber gehen We have taken objective George Ich seh ihn ich seh ihn Hab ihn glaub ich ne Da kommt noch einer Direkt vor dir Direkt vor dir zwei Rechts von dir Rechts von dir Rechts von dir noch welche Oh fuck Wie viel sind das? Jaaaa Ach Gott ey Warum darf ich nicht den Deutschen spielen? Warum dürfen die als Deutsche nicht die Deutschen spielen? Die Pläume aber bei dir? Hui Blut Ey ist voll geil von hier oben Da kommt einer Down Läge einfach hinter uns hier ne so ne Ding So ne Falle hier hin Was ne Falle? Ja Ja so ne So ne Kratenfalle irgendwie Wir müssen B aber einen nehmen Na ne Wir halten hier einfach Wir halten hier einfach außerhalb Ja Da ist einer an der Flagge Pass auf Kann nichts sehen von hier Von da aus Immer schön mit Kuh markieren die Kackvögel Dann seh ich die auch auf der Karte Ne Kuh ist mir zu weit weg Quatsch Anvisieren In die Hocke gehen Und dann drauf Oh Oh Finde uns Meine Falle müsste das sein Ja Hab ihn Schön Ich bin ihn fast tot Und noch einer Elf ist der die Falle Ist doch nur Nice Woah fuck Ich hab keine Munition mehr Da liegt doch Ich hab doch hingeworfen Hier ist einer rechts von uns Ich muss erstmal nachladen Das ist das Problem Also ich hab noch Munition aber keine in der Kammer First Aid für dich Da Easy 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 Noch einer Nein Warte A little help please Someone is on the left side Cool over there First Aid für dich First Aid First Aid Get passed up Where is der nächste Wir müssen die Flagge einnehmen Sonst kommen die immer wieder Komm von B immer rüber gerannt Komm mal hier Zu mir rüber Ich komm ich komm Das sind ganz viele Das sind ganz viele Alter So Wenn jemand schießt von der Seite auf mich Ja Er hat nur noch Kein HP oder Ist er down Ne Ach das sind zwei oder drei Scheiße Lebst du noch neber Doch Ja Ich spawne in ner Granate Neb dir ein Maus Das war meine Granate Ne Es war ne deutsche Ich hab da auch eine hingelegt Genau da wurde gespungst Da hab ich eine hingelegt Er kommt mit Flammenwerfer alter Na Es gibt hier Waffen Die kannst du aufpicken Oh hier ist ein Auto Pass mich mit Einsteigen los Du steig nicht ein E Ja mach doch nichts Nur ein Kann nicht F Keine Ahnung Warte jetzt zeigt es mir alles an Muss auf dem Beibarplatz Drück nach drei Oder F2 Alter Nice Scheiße denn Ist ein Panzer Hier rechts Ja 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 Bin voll drauf Ich hab mir gesehen wie du drauf bist Ich bin voll drauf Immer schön dahinter geschossen Oh fuck Fahre mal weg hier Ich wollte ihn auch fahre mal Ich steige aus Hier vorne Schellbeck Junge Warum tötest du ihn nicht Er war genau vor uns Hab ich doch Ich bin mir nicht getroffen Ich bin voll drauf und so Ist hier da nen grünen Punkt Warum kann ich da nicht Bist du das? Ich muss einfach mal kurz warten Ich komm bei D jetzt Alter was ist für ein Gun hier Stationäres Geschütz What the fuck Alter wie ich immer Hunde ziehe Wie bei Counter Strike Ja brauchst du nicht machen Einfach nur rechts 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 klick und ab Gib ihm Ich mach hier mal das Fenster auf Hui Auf Panzer Ja Jetzt sind wir am Arsch Jetzt sterben wir Ich will nicht sterben Alter ich bin zu jung dafür Bei einem Schaden 32 Jahren Oh 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 Er ist genau vor mir Oh 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 fuck Ich schieße mit meinem MG Ich scheine den Panzer nicht weiter zu sterben Ne Selbst Handgranaten machen Nur 6 Schaden oder so Da musst du diesen Obwohl hast du nicht so ne 3er Nate oder sowas Ne das hab ich nicht Ich bin nicht erst so Ich bin Ich will da mal versuchen Lass auf B probieren Aber Ja komm Aber ich sah Oh da ist ein Pferd Wir verlieren objektive Duff Entschuldigung Entschuldigung Er braucht ein bisschen Schiff Er ist beschützend Ich hab ihn Hä? Was hat mich getötet? Das Pferd hat mich getötet Das Pferd hat mich einfach überrannt Das misst viel Das reicht, Alter Bist du auch tot? Ja Oh, Marksman So, pass auf Der Mai geht's mal was anderes Matic Assaultman geht's mal Ah ja Fuck Ich krieg hier so auf die Fresse Die sitzen hier 20 Kilometer entfernt Schon ganz Das Battlefield Feeling vergessen Hey, Alter Schon wieder tot, ey Ja Ja Ich bin wieder im Start bei dir Sehr gut Das hab ich gar nicht Da Ich hab auf mein eigenem geschossen Oh, da ist einer Oh, ich hab einen Lag, Mann Ich hab ihn jetzt rum We have lost objective Freddy Nein, ich wollt mir das Pferd nehmen Jetzt hat's ein anderer genommen Hier, ich hab ein Auto Warte mal, wo kann ich ihn jetzt Mein Kanalwerfer rausziehen? Nach hier Hier Fahr jetzt Red rüber zu B Ich hab so mit einzelner Sprengsatz Was kann ich damit machen? Äh, weiß ich nicht genau Ich spiel's auch zum ersten Mal gerade Heute Ja, aber du bist der Battlefielder Ja, aber die Hä? Ah ja, genau Hätt ich mit einer leichten Anti-Tank-Granate getötet Also das ist ein Riesengranal Ja Achso, die Wenn's ne 3er-Granate ist Die ist auch für Also gegen Fahrzeuge Oder hauptsächlich gegen Fahrzeuge Ich hab auch noch sowas besser Wie Sprengladung oder so Äh, C4 ist auch gegen Fahrzeuge Verschweißt grad irgendwas Was? Halfway there, we have the upper hand Rüber zu D gehen What the fuck was das shit, Alter? Wo ist die hier alles die Oh, oh, I'm under heavy attack, Alter Ja, ich werd ja auch hart gesnaped Okay, ich muss nicht so weit ran Wer nimmt dann im Umkreis einen Haben wir sie jetzt schon, oder? Ja Das ist dann immer so n Ticken Alter, ich krieg hier irgendwo Die Fresse Ja, wir haben ja alles, wie so wahr, Junge Oh, ich bin im Marsch hinter uns 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 Ja, ich sehn Ich komm mir nicht die Dinge zu hochgeklettert Kann man sich das vorstellen? Okay, ich hab den am MG Da ist noch einer Ja Hab ihn schon paar Mal gehittet Hab ihn Alles Komm, wir müssen nach B gehen, glaub ich, oder? Ja Oh, Panzer kommt auf mich zu Oh, Panzer kommt auf mich zu Oh, Panzer kommt auf mich zu Ja, das ist nur n leichtes Auto Hier ist n... Hier ist duckt n... Hier ist duckt n... Hier stuckt n Pferd im Zug Wir haben objektive Dach Man, fuck you hart Man, fuck you hart Wir sehen uns wieder bei C Ich bin tot Bei D tummeln sich nie wieder drei Leute, oder so Ich bin am Stüssel bei dir F ist auch schon eingenommen Ich muss ja mit meiner F gehen Irgendwas, was am nächsten dran ist F ist, glaub ich, ganz schnell weit weg Oh, boah Glück doch uns nicht Naja doch, er muss ewig weit laufen Victory! Hup, hup! Sobald wir nach F sind Gewinnen wir Ich weiß nicht, ich hab sieben Kills Und ich bin level 2 jetzt Dutia Was? Dutia Na klar ich bin noch nicht mehr level zwei oder doch mit den bonus punkten aber ich weiß gar nicht kriegt kriegt man hier schon kohle und so zum aufrüsten mich ja wohl damit spielen ich weiß gar nicht ist der online oder was keine ahnung ich habe nicht ein ding ins drinnen der wird sich freuen